Heute ist einer der großen Tage, die ihr in der Meier werft. Wir verheiraten unsere beiden Schwimmteile von AIDA Nova zu einem kompletten Teil. Wir haben am Wochenende ein kleines, ich nenne es mal Wasserballett vollführt. Wir haben erst unser zweites Schwimmteil aus der großen Halle ausgedopft, dann das andere Schiff aus der Halle rausgeholt, damit wir Platz schaffen für unsere beiden neuen Schwimmteile. Hier in der großen Bauhalle befinden sich nun beide Schwimmelemente, die eingebracht wurden ins Dock. Sie wurden vorausgerichtet und jetzt im Moment befindet die Feinjustierung statt. Das praktisch beide Elemente ganz nahe zueinander gebracht werden, um wirklich auf den Millimeter beide Schwimmteile dann miteinander zu verbinden. Das kann man sehr schön sehen. Über mir gibt es diese kleine Spalte. Das ist im Moment das einzige, was die beiden Schiffe noch trennt, bevor wir sie komplett zusammenschweißen. Um auf der Zitze laufen nun die letzten Vorbereitungen für die Schiffshochzeit. Vom Ablauf her ist es so, dass wir von oben nach unten das Schiff verschweißen. Das heißt, hier oben findet die erste Schweißnachstatt. wird Untertitelung des ZDF für funk, 2015. Von Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Untertitelung des ZDF, 2020